FBI, nehmt ihr die Hände hoch! Alles okay? Ja, ich bin nur ein bisschen nervös. Aber du siehst sehr schick aus. Ich will's nur nicht vermasseln, weißt du? Du hast dich sechs Monate auf den Termin vorbereitet. Du schaffst das. Ich muss euch was fragen. Daddy lebt weg. Mich? Daddy lebt weg. Mich, mich! Richtig. Daddy macht den Deal klar. Eget. Mr. Sawyer, genießt Ihre Familie den Aufenthalt? Sehr. Unfassbar, dass Sie uns die ganze Etage gegeben haben. Wie bewerten Sie die Sicherheitsmaßnahmen des Gebäudes? Bei allem Respekt, er ist nur ein besserer Security-Typ. Bitte. Das Pearl ist das höchste und modernste Gebäude der Welt. Sie haben eine vertikale Stadt errichtet. Aber das stellt Sie in allen Sicherheitsfragen vor die größte Herausforderung, die man sich vorstellen kann. Wir dachten, diese Etage wäre leer. Dachte ich auch. Und diese haben Sie nicht nur hier reingebracht, sondern auf 240 Stockwerken eingesperrt. Niemand weiß, was passiert, wenn hier etwas schief läuft. Aber ich bin ja nur ein besserer Security-Typ, also habe ich sowieso keine Ahnung. Was ist los? Der 96. Stock steht in Flammen. Alles wird gut, ich verspreche es euch. Nein, 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 nein! Daddy! Sagen Sie mir, wie sehr lieben Sie Ihre Familie. Wenn wir hier rauskommen wollen, müssen Sie mir die Wahrheit sagen. Es gibt einen Grund, warum Sie dieses Gebäude ausgewählt haben. Meine Familie ist das Einzige, was mir jetzt noch wichtig ist. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich be Mensch, du bist. Gunst du Es gibt den Lotta, aber wie ist das einmal nichtlle Geist! Sprech, um deity zu leben! Dies war das so fonctionne schön. Untertitelung des ZDF, 2020